Jetzt! Ich bin der Experte! Der ist doch so... Wo fang ich an? Der Tee ist her! Okay, Thema wechseln! Wir haben den Job gegeben, uns die Fragen zu stellen. Und die werden sie dann beantworten. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier ganz viele Snacks. Wir gönnen uns die jetzt. Wir haben jetzt schon 11 Uhr oder so. Wir haben vorhin schon gegessen, aber wir können ja nie genug essen. Und das hier ist die Elsa. Ich hab die schon mal gesehen in meinem Video. Das ist die Tara, die habt ihr auch schon in meinen Videos gesehen. Immer in Vlogs ist sie mit dabei. Ihr wisst, wir kommen aus der Schweiz. Wir tratschen hier kein Hochdeutsch. Aber ihr könnt das eigentlich schon. Also Leute, bevor ihr jetzt hier noch nervöser werden. Also, erste Frage. So ein bisschen zum Auflockern. Fang nicht grad mit der schlimmsten Frage oder so an. Red Flag. Oh. Genau über das haben wir doch vorhin geredet schon. Wer fängt an? Über was haben wir vorhin gerade geredet wegen Red Flag? Wenn er dich nie postet. Ah ja, genau. Genau. Aber das kann man auch nicht verallgemeinern. Aber wenn man es halt nicht. Wenn du mit einem Menschen zwei, drei Tage schreibst, eine Woche schreibst, und diese Person, die kommen mit Schatz. Baby, ich liebe dich. Du bist meine Welt. Ich würde dich heiraten. Du bist die Mutter meiner Kinder. Inschallah irgendwann. Oh mein Gott. Ja. Rennt. Rennt. Ich schwöre. Ja, das finde ich auch. Ja. Okay, wenn er dich eben nicht postet, wenn du wirklich eine jahrelange Beziehung hast und er auch immer mal wieder Storys macht, aber dich wirklich nie eventuell oder deine Storys nicht repostet, das finde ich auch komisch. Weil, wieso sollte er dich verhenschen? Oder er hat schon am Anfang mega viel Zeit für euch und auf einmal geht es nicht mehr. Auf einmal, ich muss arbeiten, dies, das. Ich habe 5000 Dinge zu tun, aber ich habe keine Zeit für dich. Das stimmt. Ja, finde ich auch. Alarmglocken. Ja, das stimmt auch. Also das haben wir. Vielleicht wenn er auch nicht weiß, was er genau will. Weil meistens, ja, es ist schon ein bisschen schwierig. Heute redet er so, morgen endet er wieder seine Meinung. Ja. Keine Ahnung, was ich will. Auf eine Beziehung oder nicht. Vielleicht, wenn ihr schon lange zusammen seid und das immer noch nicht seinen Eltern gesagt ist, aber erst so nach wirklich so mehreren Jahren, wenn auch wirklich gar keine Anschaltungen dazu macht, finde ich so. So, dass niemand weiß, dass sie überhaupt existieren. Ja, genau. Nicht mal seine Freunde oder so. Ja, das finde ich auch red flags. Wenn er ganz viele Frauen auf Instagram hat. Oh, ja. Oh, ja. Stimmt. Oder Mädels, wenn der Typ irgendwie 50 Leuten folgt und darunter sind alles Frauen, vielleicht oder auch nur 5 Frauen und alles andere sind Jungs und seine Freunde, da könnt ihr sicher sein, dass dieser Typ einfach ein zweites Profil hat. Und mit diesem Profil verarscht er euch. Oder er folgt Frauen, die ihm nicht zurückfolgen. Oder sowas. Opfer. Oder ihr dürft das Handy auch nicht anfassen. Ihr dürft nicht und der reagiert komisch. Ja. 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 Und ich sage auch immer, Kontrolle ist besser. Nein, aber wenn du, ich finde es komisch, wenn du sagst, sag ich dein Passwort und der sagt es dir nicht. Wieso sagst du es mir nicht? Es stört dich ja nicht. Ich muss dich nicht stören. Welche Nationalität hättet ihr euch ausgesucht? Dürftet ihr es selber entscheiden? Faesa? Albana? Schwester! Ja, es ist halt einfacher. Kultur, Sprache, Tradition versteht man. Ich bin überhaupt nicht gegen internationale Beziehungen. Aber ich kenne mich, ich kenne das, was ich möchte und das passt halt am besten zu einem Albana. Ja. Also gut, bei mir spielt es echt keine Rolle. Also ich meine, ich habe ja jetzt in Albana, für mich passt das. Aber ich finde, also ich wäre jetzt offen. Ich habe jetzt keine Nationalität, wo ich jetzt sagen würde, die will ich am meisten. Aber ich glaube, das ist halt bei uns Schweizer sowieso anders als bei euch. Für mich spielt das auch keine Rolle. Gar nicht. Ehrlich gesagt. Es gibt sich das, was es dann ist. Natürlich. Aber schlussendlich. Ich finde es eigentlich auch noch schön, wenn man es mischt. Eben. Ich finde es auch spannend. Man lernt sich voneinander. Und ich finde es eigentlich auch super. Ich eben auch. Deswegen, mir macht es auch Spaß, andere Kulturen kennen zu lernen. Ja! So sind es so verklemmt, ey! Sauglockern! Ich bin fast aufgeregt. Leute, grünes Red Bull immer. Und Röhrchen auch immer, weil ihr wisst nicht, wer das angefasst hat. Autsch. Was? Ah! Du hast doch ein Ding. Aber das kann ich kommen. Ja, natürlich. Mega lecker. Ja. Und? Ich bin eh nicht direkt ein Fan. Schönste Erinnerungen zusammen. Ist jetzt halt ein bisschen schwierig, weil ihr euch zu dritt noch nicht so lange kennt. Zu dritt so. Ja, wir waren zusammen was trinken, war voll die schöne Erinnerung. Ja, du mit ihr und dann mit mir. Weißt du, was ist eure? Okay, was haben wir für eine schöne Erinnerung? Jede Erinnerung mit dir ist wunderschön. Ohhhh. Weil die schönsten sind eigentlich die, wo wir immer bis um 3 morgens hier liegen und über Gott und die Welt liegen. Ja, ich glaube auch, das macht ja auch eine Freundschaft aus. Ja. Aber ich finde auch unser Trip so nach Interlaken fand ich auch voll schön. Ja, das war auch voll schön. Also das war ja auch zu dritt. Und mit dir, ich glaube, unser Trip so in die Berge. Ja, ich glaube das. Oder? Ja. Ja, der war schon so der schönste. Ansonsten. Was überlegen? Ich wisse da sind auch geil. Lernen gemeinsam. Oh ja, die Abschlussphase. Ich auch schon länger. Die Shisha-Barzeiten. Ja. Ist es euch peinlich vor euren Partnern zu pupsen oder aufs Klo zu gehen? Ja. Echt? Ja. Also pupsen geht gar nicht. So wo ihm einfach aufs Klo so pissen geht. Pissen? G-Groß oder klein? Wie das kann ich in die Serie sehen? Weil ich so Bieslein oder was? Irgendwo noch Bieslein. Kleingeht? Ja, das soll ja aber groß sein. Wie kann man neben jemanden in groß sein? Ich finde, weil du bist da drückt. Ja, aber es kommt ja ganz darauf an, wie lange du zusammen bist. Nein, aber so. Nein. Nein. Nein, stell dir mal vor, du bist seit, keine Ahnung, 5 Jahren, 6 Jahren verheiratet, ihr habt Kinder, also sorry. Naja, es ist so, also ich würde von niemandem, mein Großgeschäft, von niemandem, das ist bei mir einfach privat. Genau, ja verstehe ich, also will ich ja auch nicht, sonst kommt es ja nicht. Okay, Thema wechseln. Ja, die sind die lecker, die habt ihr noch nie gegessen. Ja, das ist ein guter Fall. Wie stellt ihr euch... Okay, ich bin nach hinten gefahren und steckt hier. Wie stellt ihr euch euren Antrag vor, also Heiratsanfaktor? Wir haben hier so eine Person, die hat eine ganz genaue Vorstellung davon. Sie hat schon Videos gespeichert. Sie kennt diesen magischen Ort. Genau. Es gibt viele schöne Orte auf der Welt, aber ich finde, am Meer ist das schon schön, wenn du zusammen im Urlaub bist oder so. Wo ist dein Wagen näher? Ja, okay, in der Schweiz finde ich Bögenstock schon schön, aber ich finde am Meer schon romantisch. Wenn man so in der Uhr im Urlaub ist, im Urlaub ist oder so. Sonnenuntergang, deine Haare, der Wind. Ja, aber ist doch so. Ja, ich meine, was ich wichtig finde, ist halt nicht so vor allem. Kennt ihr diese Videos? Ja, eben, im Supermarkt, so plötzlich aus dem Nichts, so. Oh mein Gott, dann plötzlich tanzen alle so, oder? Ja, und alle klatschen und du bist so. Weil ich finde, eigentlich ist das ja ein Moment, der total privat ist und der eigentlich nichts mit anderen zu tun hat. Und auch, ich fände es auch schön, wenn er mir ein paar Sachen sagen würde. Und nicht nur, willst du meine Frau werden? Ja. Sondern so, ich will, dass du meine Frau werden. Wieso, warum? Genau, ja, ich will ein bisschen was von ihm hören. Und nicht nur, willst du meine Frau werden? Das kann jeder, sorry. Ja, klar. Also, deswegen. Ja. Also, ich hätte es am liebsten auch eben alleine das sowieso. Keine Ahnung, vielleicht in so einem unerwarteten Moment, was sich keiner vorstellen kann. Vielleicht gehen wir gerade ins Bett und wollen eigentlich schlafen gehen. Mhm. Und dann sehe ich aus, wie ich aussehe und dann kommt's, weil es einfach passt. Und er hat heute einen schönen Moment zusammen und redet über alles Mögliche und dann kommt's einfach aus ihm so rausgeschossen, weil der Typ alles liebt. So was. Mit Schwiegereltern wohnen versus... Was? Red flag. Na ja, also, versteht mich bitte nicht falsch. Ich schwöre, ich liebe meine Schwiegereltern, aber zusammenleben geht für mich einfach nicht. Geht nicht. Ne, private Sphäre. Leute, schaut mal, meine Eltern haben keinen Sohn, zum Beispiel. Und ich verlasse meine Eltern, um mit den Eltern meines Mannes zu leben. Wieso? Warum? Wenn die Eltern gesund sind, sich beide gegenseitig haben, noch arbeiten können, stehen können, putzen können, kochen können. Wieso sollte ich da leben? Das will man doch nicht. Voll. Ich bin die Einzige, die isst, Mann. Ja, und was wollte ich sagen? Eben, da kann man, braucht man nicht bei den Schwiegereltern leben. Ja, nein, das ist ja so. Aber stellt euch mal vor, ich habe eine Freundin, die hat keinen Vater, die hat aber einen Bruder. Und jetzt soll die Mutter alleine leben, das sehe ich dann auch nicht ein. Da würde ich auch niemals sagen, hey, lass deine Mutter alleine, weil ich will jetzt alleine leben. Das ist, das macht ja Sinn, verstehe ich. Oder er hat Eltern, die nicht gesundheitlich, wir kommen aufs Wort, selbstständig. Genau, die nicht selbstständig sein können, dann natürlich wirst du helfen. Aber du brauchst einfach deine Privatsphäre als Mann und Frau. Und ich rede nicht jetzt vom Körperlichen oder sowas, sondern von Streitigkeiten, wenn ihr streitet. Aber es geht ja auch schon nur darum, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit und dann wirst du einfach... Ja klar, du musst auf sehr viele Dinge achten. Ja. Man kann sagen, was man möchte, das ist einfach so. Und dann streitest du mit deinem Mann, deine Schwiegereltern werden, du wirst dann ein Dorn im Auge sein. So, du bist die Böse, weil du bist nicht ihr Fleisch und Blut, das ist immer noch der Sohn. Selbst wenn du ihm recht bist. Und dann merken sie sich das und immer wieder und immer wieder haben voll das schlechte Bild und reden ihm dann ein und alles mögliche kann passieren. Ja, das sind dann am Ausholen. Ja, ist einfach so. Ich könnte euch so eine Liste kriegen und sagen, nein, don't. Und das hat überhaupt nichts zu tun, weil ich weiß, ganz viele von unseren albanischen Männern sagen dann, ihr habt komplett den Verstand verloren, ihr Albanerinnen seid alle kaputt im Kopf und keine Ahnung was. Aber sagen sie halt wirklich heutzutage. Ja, sagen sie, aber das hat doch gar nichts damit zu tun. Man hat Argumente, die dagegen sprechen. Das sind sinnvolle Argumente, die auch Sinn machen, brauchst du ja keine Beziehung für, natürlich, ich sage nicht, es gibt Menschen, die können das, die wollen das, die sollen das machen, verurteile ich nicht. Aber wenn eine Frau zu dir von Anfang an sagt, ich möchte das nicht und du möchtest das, dann lass es bitte sein. Ja, es gibt ja auch Männer, die wissen zu 100 Prozent, die wollen mit den Eltern zusammenleben und dann weißt, aber der sagt dir das auch von Anfang an. Oder sagst du nicht, nein, er kann es ja auch nicht sagen. Und dann am Schluss, aber das finde ich halt dann echt nicht fair. Ja, eben, sag ich doch. Aber das machen die extra. Aber das ist ja ein Thema, was so wichtig ist. Ja, sehr logisch ist, du verliebst dich und wenn es eh came over, du wirst eh tun, was er möchte, weil du ihn ja liebst, du willst ihn ja nicht verlieben. Aber da wirst du ja niemals glücklich sein, wenn dir das nicht passt. Ja, eben, dann wird es sowieso zu einer Trennung kommen. Deswegen erspart euch das bitte. Man muss ja auch nicht so weit weg voneinander haben. Man muss ja auch 15 Minuten zueinander haben und dann, das ist so. Also dann hast du lieber noch irgendwie Haus an Haus als Wohnung als miteinander leben. Wenn er das umliegt möchte, finde ich, könnte er ja wenigstens dann einen Kompromiss eingehen, dass sie in der Nähe wohnt oder nebeneinander halten. Ich meine, wir haben ja schon Probleme mit unseren eigenen Eltern und regen uns auch wegen diesen und jenem. Und dann kommst du dann in ein Haus, du kennst diese Leute nicht wirklich und dann fangen die Probleme an. Die kennen dich nicht, deine Gewohnheiten, deine Art und Weise, können es falsch verstehen. Deine Eltern werden es dir verzeihen, die lieben dich, das ist normal. Aber deine Schwiegereltern sind immer noch deine Schwiegereltern, nicht deine Eltern. Weit geht's. Eltern hat da richtig eine gute Antwort gegeben, die können das eigentlich nur bestätigen. Meinung zu Beziehung zu fünf Jahre jüngeren Mann. Kann doch fragen, wie alt du bist. Ich meine, du jetzt zum Beispiel irgendwie eben, also Mann ist fünf Jahre jünger. Ja, das finde ich jetzt so. Also wenn ich jetzt 21 wäre und das heißt, er wäre ja 16, nee. Also das geht doch gar nicht. Wie geht sowas? Wenn du jetzt 30 bist, er ist 25, dann vielleicht eher, weißt du. Ja, kann funktionieren. Also Leute allgemein, meine Meinung, ab einem gewissen Alter eben so. Eben, das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ab 25 ist dann egal, ob er 35 ist oder ob er 20 ist. Gut, 20 ist noch kritisch, aber eben wie sie gesagt hat, 30 und 25 werden immer noch funktionieren. Er hat einfach wegen der Lebenserfahrung und der Einstellung. Weil mit 18 oder 20 bist du nicht bereit für gewisse Dinge, die eine Frau und wie Frauen sind, einfach emotional reifer und weiter schon viel früher. Wir wollen andere Dinge. Und das kann jemand, der jünger ist und ein Mann ist, vielleicht eher nicht. Ich sage nicht, das gibt es nicht. Ich kann Männer geben, die sind mit 20 sehr reif. Das gibt es auch. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich kann nur zustimmen über... Tore, die ganze Zeit. Ja, ja. Junge, ich bin nur am Fressen, die ist nur am Reden, ich sage gar nichts. Ja, ja. Das war's Miss YouTube Video. Würdet ihr für den Partner in ein anderes Land ziehen oder die Beziehung aufgeben? Kommt drauf an. Ah, oi, oi, oi. Also Leute. Der ist so so... Wo fang ich an? Der T ist her. Also Leute. Bevor ihr das Land verlässt, eure Freunde, Familie, alles drum und dran, müsst ihr überzeugt davon sein, dass ihr eure Hände für diese Person ins Feuer legen würdet. Sprich, egal was kommt, ihr habt keine Zweifel an nichts, dass dieser Mensch hinter euch stehen wird und euch niemals fallen lassen wird, egal was kommt. Natürlich, man hat nie eine Garantie, aber einfach dieses Gefühl von Sicherheit. Und nicht das Gefühl von, ich bin so verliebt und der süßt zu mir ab und zu, aber das, 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 das und das fehlt mir. Ihr dürft nicht mal fünf Dinge, nein, nicht mal drei Dinge aufziehen, die euch fehlen. Ich finde auch, du musst dir wirklich einfach zu 100% sicher sein. Weil eben, dann machst du das und dann plötzlich merkst du vielleicht, er ist gar nicht der, der für den gehalten hat. Ja, weil es ist auch schwierig. Wenn wir jetzt von Fernbeziehungen reden, sag ich euch, passt auf, ihr könnt, ihr denkt, ihr wisst, wer der Mensch ist, aber ihr habt keine Ahnung. Wenn eben auswandern, du kannst ja nicht einfach mal schnell, schnell wieder zurück, du hast dein Leben vielleicht aufgebaut oder so. Job gekündigt, du musst dir neuen Jobs suchen und, und, und. Ich wollte eigentlich sagen, ich finde es vielleicht wichtig, dass du die Familie gut kennst, weil vielleicht auch schon mal ein paar Wochen dort gelebt hast. Ja, genau, oder einfach wirklich mal über die Ferien dort. Ja, ja. Ja, ja. Die nächste Frage ist lebensnotwendig. Die kommt von meinem kleinen Neffen. Oh, okay. Neron, der ist elf Jahre alt. Hey, Neron. Neron, I am ir. Ich muss erschifft, 100%. Er wollte wissen, mit oder ohne Socken schlafen. Oh, ohne. Nein, Entschuldigung. Okay. Nein. Ich esse. Nein. Doch, ich liebe es mit Socken schlafen. Mit Socken schlafen. Oh mein Gott, ja, ich weiß noch, wir waren da, wir waren in den Bergen, wir haben im Urlaub und die hat einfach da irgendwie fast, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe zwei Socken gehabt, die haben. Nein, ich hatte so dicke, kennt ihr diese solche Socken? Nein, 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 so dann wieder nicht. Also nein, 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 ich kann nur mit hellen Socken schlafen. Was? 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 Ich bin der Ernst? Nein, 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 ich schwarz. Die geht nicht. Ich höre bei dir, ich höre immer alles von dem ersten Mal. Oh mein Gott. Ne, okay, erzähl mal, ich würde gerne deine Theorie hören, okay? Das finde ich jetzt schon, warum da. Oh mein Gott. Bist du da in jedem sein? Hä? Wissen die auch so Kringel haben, so Schreiben? Ich mache das doch nicht los, ich mache. Wirklich helle Socken, ich brauche weiße Socken oder babyblaue Socken. Sie sind geistig behindert. Ich kann nicht. Frag, wisst ihr, früher hatte ich so einen unnormalen Putsstick, richtig Hygiene-Tick. Aber das hast du doch immer noch, oder nicht? Ja, nicht mehr so. Doch, ist doch nicht schlimm. Ist ja eigentlich nicht schlimm. Auf jeden Fall, da habe ich halt immer, wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, mein ganzes Zimmer aufgeräumt und dann hatte ich immer Socken, die ich in ein Zimmer gepragen habe und die waren halt hell. Und Socken, die ich dann halt auch sage, wenn ich sowas gesagt habe, die waren halt schwarz. Und es hat sich der so krank gewöhnt, oder? Ja, praktisch. Ja, okay. Das heißt, die schwarzen sind immer dreckig. Nein, die schwarzen. Sie hat jetzt schwarze Arten. Sie weiß schon, sie ist draußen. Was ist das, was du heute mit Socke machst, wenn sie hell kommt? Vor ins Bett, schnell weiß. Sie ist doch heute oder bellblau. Aber würdest du auch bellblau und weiß anziehen, oder? Wer zieht denn zwei verschiedene farbige Socke? Ja, wenn ich keine mehr finde. Ich fühle mich gemobbt. Nein. Ist ja süß, ne? Achso, ja. Erstmal was fressen. Ich fressen. Uff. Uff. Ist auch ein Lippenschiss. Nein. Lippenschiss. Wie sagt er ein Lippenschiss? Oh Gott. Du meinst dich so krank. Aber wie sagt ihr diesen weißen Rand hier? Wenn ihr es auf dem Lippenschiff weißen Rand habt, wie sagt ihr den? Weißer Rand? Ja, wenn ihr ein Lippenschiss krankt. Ja, kannst du es nicht hier so. Es setzt sich so wie ab. Ich sage immer mal Lippenschiss. Ich sage auch dem wie Augenschiss. Ich sage ausgetrocknete Lippen. Keine Ahnung. Doch, aber wenn man Lippenschiss sich so ab... Abseits sage ich immer, dass es Lippenschiss ist. Okay. Das ist so heftig aus. Das ist so heftig aus. Das ist so disgusting aus. Das ist disgusting. Das ist disgusting. Das ist disgusting. Das ist disgusting. Mich selber würden mal so komische Essgewohnheiten interessieren, die ihr habt, die vielleicht andere nicht haben. Wieso guckst du jetzt mich so an? Ich glaube, Esser könnt ihr bei mir schon auspacken. Sie sagt, ich esse Pommes komisch. Ja. Warum? Leute, ich habe Misophonie. Vielleicht kennt ihr es ein paar von euch. Ich weiß, viele haben das sogar und sie, diese Dame, ich könnte kotzen, wenn die ist. Die schmatzt und wenn sie ihre Pommes ist, ist wie ein Hamster, sie füllt ihre Backen so richtig, machst du auch bei den Chicken Nuggets, schaut die Videos an, die sie so reinmacht. Ja, aber ich will meinen Mund gefüllt haben, ich brauche diesen Geschmack. Und sie ist immer so unter und unter, wie Strom, immer unter Stress. Ja, ich esse schnell, das stimmt. Das ist ja wirklich schnell. Aber das habe ich ja, das stimmt. Vielleicht machst du deswegen. Okay, ich habe was sonst. Wenn ich meine Tage habe. Ich habe das mal so entdeckt. Ich hatte so Nutella und kennt ihr diese Salzstängelchen, oder? Ja. Das ist so geil. Das ist so geil. Diese Combo, salzig und Nutella und dann gehst du so. Oh, ja. Aber ich bin, ich weiß viele, die ihre Tage haben, die essen dann so salzig mit Süßen oder mir Gurken mit Nutella oder so. Das habe ich auch schon gesagt. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Ja, nein, aber jetzt mal ernst. Oder du siehst, wie du stirbst. Oh mein Gott. Oder du stirbst in der Zukunft. Oder du siehst, wie deine Kinder sterben. Macho oder Nerd? Ich nehme den Nerd wieder. Ja, also, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir Frauen eben beides brauchen. Weil einer, der einfach so langweilig ist, wollen wir ja trotzdem auch nicht. Wir motzen zwar, wenn uns was verbietet, aber trotzdem wollen wir so ein bisschen dieses... Wer sagt denn, dass ein Nerd langweilig sein kann? Weißt du, beim Nerd hätte ich ja was. Der wäre intelligent und ich habe Geld. Nee, aber Nerd sind doch auch die, die doch auch viel Game nutzt. Habe ich mal gemeint, sind die auch ein bisschen Nerds oder nicht? Die auch so ein bisschen... Ja, also Comics. Aha, so Nerds. Ich hatte gerade von der Serie O.C. hat doch die Blonde da auch einen Nerd genommen. Die hat voll das schöne Leben. Jetzt habe ich an den gedacht. Aber macho is no trouble. Ja, macho... Nee, also ich würde mich nicht für eines entscheiden, sondern die Mischung aus beides. Ja, die Mischung. Jemand, der intelligent ist, sich auch weiterbilden möchte, der aber auch viel... Das, das und das und das... Masi oder Nerds. Ich glaube, ich würde trotzdem den Nerd nehmen, weil für den Macho müsste ich mich schämen. Wenn er dann so kommt und so... Also... Der kann ich mal richtig von ihm reden. Ja, okay, dann doch so ein anständiger Nerd. Dann nehme ich lieber den Nerd. Der vielleicht nur bis 10 sehen kann? Nein, sind ja nicht dumm. Und da sperrt sich ihr im Zimmer ein, im schlimmsten Fall. Der sieht nicht. Der ist nur am Gates und am Lesen oder so. Du hast keine... Da betrübt dich nicht. Genau, da muss ich nie Sorgen machen. Nee, voll fies, weil ich glaube, Nerds sind ja nicht alle so, oder? Eben. Kommt ja drauf an, was wie ein Nerd. Ja, ich finde auch, Macho ist auch Clips eigentlich auch voll assi irgendwie, weil... Ja, aber es geht ja um Nerd und Macho. Ich nehme an, dann geht es um das typische Klischee. Dann bin ich ganz sicher nicht ein Macho meinerseits. Aber ich hätte euch ein Macho vor, ich hätte mir ein Nacho... Ich bin gerade so interessiert. Ich bin gerade so interessiert. Ich bin gerade so interessiert. Sie sind eins geworden. Niener und die Nachos. Ich bin immer nötig. Ich wollte fragen, wie stellt ihr euch einen Nerd vor? Also Nachos stelle ich mir 3 in die Nummer. Ja! Ein bisschen Gewürze, Salsa, Guacamole. Ich finde, einen Macho beschreiben irgendwie doch schwierig, weil... Es ist ja meistens so... Nachos. Keine Ahnung, ich stelle mir ihnen so... In einer Lederjacke vor. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, die haben einfach so das Bild davon. Und ein Nerd stelle ich mir eigentlich mit Brille vor. Ich auch. Aber wieso eigentlich? Weiß auch. Weiß eher so. Aber sie werden auch wirklich so dargestellt im Interesse. Meistens im Film. Wie halt in einem Film? Stereotypes. Ähm... Nie mehr schminken oder nie mehr Haare machen? Nie mehr was? Schminken. Ah. Sprinten. Also... Ich kann darauf verzichten. Nie mehr Haare machen. Ja, aber du kannst ja Wimpern machen, ne? Ja. Also. Nie mehr schminken. Ja, nie mehr schminken. Ja, ich glaube schon, weil Haare... Stell dir vor, du könntest deine Haare nicht sein. Und wenn du mit nassen Haaren ins Bett gegangen bist, den nächsten Tag schießt du auch weiter. Nee, also... Schau. Sieht voll unhygienisch aus. Würde mich voll stören. Aber ungeschminkt sehe ich auch. Nee, ich könnte ja nicht auf Schminken verzichten. Oh mein Gott. Nee. Beide... Einfach ohne Schminken. Wunderschön. Du hast doch schöne Haare! Also... Ich muss meine Haare noch nicht machen. Ich muss meine Haare noch nicht machen. Einen Psychopathen daten? Oh Gott. Oder einen Psychopath sein? Wow. Es ist doch... Es ist doch definierbar Psychopath. Aber warte mal ganz kurz. Also da bin ich lieber den Psychopath. Ja, definitiv. Weil stell dir mal vor, der... der festet sich daneben zu Hause oder keine Ahnung was... Scheiß mal auf dich. Ich stell dir vor, was der mit deiner Familie macht. Oh mein Gott. Oder so... Nein, nein, ich bin lieber der Psychopath. Ja, ja, definitiv. Ja, okay. Ich denke mir halt so... Ja, was denkst du dir so? Sonst red ich mich jetzt schon. Entschuldigung. Ich könnte ja auch nicht damit leben. Aber... Ja, klar. Also... Du merkst es ja nicht. Ja, ja, klar. Für dich. Ja. Stimmt. Ja, schon. 100 fremde Menschen retten oder einen geliebten Menschen retten? Sorry, einen geliebten. Ja, ich glaube auch. Ich bin einfach egoistisch dadurch. Logisch. Einen geliebten. Also wenn ich mich zwischen einem Mann und 100 Leuten entscheiden müsste. Sorry. Aber warte schnell. 100... Ah, fremde Menschen hast du gesagt. Nein, dann... Ja, ich glaube aber jeder hat den geliebten Leben. Ich wäre mir nicht so sicher. Ich bin mir gerade auch nicht wirklich sicher. Weil... Ja, ein geliebter Mensch... Aber stell dir vor 100 Menschen... Und dann unter... Diesen 100 Menschen sind dann Kinder. Frauen. Und so und... Aber stell dir vor deine Schwester, deine Mutter, dein Vater. Ja, aber denkst du in diesem Moment wirklich so weit? Weil ich denke je nachdem, in welcher Situation das es ist. Ich weiß nicht. An der Kniffe sind 100 Menschen oder deine geliebte Person. Und dann stehst du hier und du musst dich entscheiden. Ja, nein, sein wir ehrlich. Dann denkst du... Ich würde auch eher zu... Ja, natürlich. Schwester, Mutter, Vater. Ja, oder auch... Ja, nein. Ja, hat Familie sagt schon. Ich glaube da ist ihre Egoistisch. Sechs Söhne oder sechs Töchter? Sechs Töchter. Sechs Söhne. Sechs Töchter. Söhne. Ich finde es fast einfacher mit Söhnen. Nein. Was? Ich finde schon. Ja, ich finde schon. Einfacher? Nein. Und was ich alles immer wieder so höre mit Töchtern. Ja, aber... Diese Töchter sind von anderen Eltern großgezogen worden. Nicht von dir. Das stimmt. Das stimmt schon. Du vergleichst dich ja auch nicht. Aber ich sage, ich hätte wirklich lieber mehr... Also ich bin bei allem vor... Nein, Söhne tendieren ja mehr öfters dazu, Probleme nach Hause zu bringen. Ja, okay. Aber du sie wirklich erziehst ja... Aber Frauen sind auch so... Drama... Ja, nein. Das spielt ja keine Rolle. Also ich glaube, ich könnte mir mehr Sorgen machen... Vielleicht haben sie gerade recht und haben einen Freundeskreis so Probleme machen. Aber ich könnte mir mehr Sorgen machen bei der Tochter, glaube ich, beim Sohn so ein bisschen. Weil... Ja, das ist so. Ich weiß nicht. Ich hätte halt mehr Angst bei meiner Tochter als bei... Also... Nein! Weißt du so. Weiß nicht. Aber sechs Schwestern, weißt du, wie die zusammen... Ja, sechs Brüder genau darum. Ja, ja, aber weißt du, wegen dem Angst haben. Die sind ja wie auch füreinander da und... Ja. Also ich hätte dann am liebsten sechs Töchter. Genau. Ähm, rasieren oder epilieren? Lasern. Ja, lasern. Ja. Oh ja. Aber wenn... Dann rasieren. Ja, also epilieren finde ich ganz schlimm. Weil dann... Ich hab das mal probiert, wenn der Mutter irgendeinem epilieren hat und... Oh! Also das tut oh normal weh. Wie kann man das hier machen oder... Bikinizone? Oh mein Gott! Ja, genau. Dann lasse ich mich lieber lasern. Ja. Und dann die Combo lasern und rasieren. Perfekt. Braucht man nicht mehr. Ja. Ich hab auch mal gehört, dass Männerrasierer die besten sind. Stimmt das? Habe ich auch gehört, aber... Ja, weil... Oder die Einwegrasierer sind anscheinend auch die besten. Also ich brauche immer das von Wienes. Ich auch. Die sind diese violette. Ja. Violette. Ich brauche nur pink, aber ja. Ich hab auch pink. Mit Rasiergel ohne. Rasiergel? Also... Bei so Dingen ist ja immer das Gel dran. An dem Rasiergel. Aber extra braucht ihr nie. Für die Beine schon, aber sonst brauche ich nirgendwo extra. Ja, ich brauche aber... Ich brauche immer extra, weil ich finde auch die Haut ist dann... Aber ich habe eben keine Probleme mit dem. Nicht strapaziert und so. Also... Ein Tipp von mir. Ich brauche Babyöl. Danach? Glaub mir. Danach? Oder Kokosnussöl. Ja, und danach... Weil... Keine Ahnung... Ja, meine Haut ist ja eher speziell. Aber... Es ist wirklich... Es ist so gut, weil die Haut ist dann so... Aber ich glaube allgemein so Baby-Sachen, so Baby-Puda, Babyöl... Ja... Ich brauche Baby-Puda und Baby-Sachen und alles. Ich brauche alles Baby-Sachen. Immer Kokosnussöl. Egal was. Oder was. Was ist eure Meinung zu Schönheitsidealen, Abnehmen, etc.? Also ich finde allgemein irgendwie... Das wird so... Also die heutige Zeit ist eh ganz schlimm bei diesem Thema. Ich glaube keine Frau fühlt sich schön. Also doch schon, aber ich meine so... Keine Frau ist irgendwie perfekt. Also für... 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 Die Welt so. Wisst ihr welch ich meine? So dieses... Man macht zwar jetzt eines auf Diversity... Aber irgendwie ist das auch so Fake, finde ich. Also ich weiß nicht... Es ist alles gestärkt. Das muss ich auch sagen, ja. Alles ist so übertrieben dargestellt. Alles ist so mega wichtig und bla bla bla. Also ich persönlich finde ein Gesicht, das Charakter hat, viel schöner. Als das perfekte Gesicht, das symmetrisch ist. Und alle diese Lippen und alles einfach perfekt. Ja, ja. Ein perfektes Gesicht ist schön, aber langweilig irgendwie. Ein Gesicht, das Charakter... Jeder sieht dann gleich aus. Sorry. Es ist ja so, wenn wir... Ich meine, ihr seht ihr jetzt alle. Ihr geht auf TikTok, Instagram, alle sehen gleich aus. Ja. Einfach alle. Und ein Gesicht, das Charakter hat, bleibt ihr in Erinnerung. Hätten wir jetzt alle unsere Nase gemacht. Ich schwöre wir würden fast gleich aussehen. Hätten wir alle noch Lippen gespritzt oder so. Aber es ist ja so. Ich finde eben... Schaut mal früher die schönen Models an und schaut sie heute an. Die waren bildhübsch. Die waren alle so unterschiedlich. Ja. Du hast sie gemerkt. Das hatte Charakter. Genau. Die waren auch alle unterschiedlich. Und jetzt wollen alle gleich aussehen. Ja. Was ich wirklich schlimm finde, ist, dass diese Schönheitsideale zum Teil gar nicht wirklich erreichbar sind. Weil... Eben das sind OPs dahinter. Und... Apps. Apps. Ja. Und dann sehen das die anderen und denken so, boah, ich würde auch so aussehen. Und... Und das Ding ist, ihr seht diese Leute nicht live. Ja. Ihr seht die nicht live. Würdet ihr... Ich hab das zum Beispiel oft jetzt gesehen und ihr ja sicher auch. Ein paar von Instagram und du denkst die so, boah, wie schön, wieso kann ich nicht so aussehen, wie perfekt. Genau. Und dann siehst du die live. Ja. Die fallen dir nicht mal auf. Ja. Ich meine, Leute, ich bearbeite meine Bilder auch, wisst ihr. Also ich meine... Macht ja jeder. Ja. Aber weißt du, eben auch meine Bilder sind nicht unbedingt real, weil auch ich bearbeite meine Haare manchmal oder mein Gesicht. Das ist nicht immer so. Einfach weil es halt dann schöner aussieht. Aber ich finde ja trotzdem, man soll sich immer noch realistisch zeigen und deswegen zeige ich mich ja auch ungeschminkt hier, weil es mir auch wichtig ist, dass ihr sehen könnt, dass keiner perfekt ist. Und auch ich hab mal einen Bad Hair Day und das ist normal. Ja. Wir sind doch nicht immer so wie jetzt. Wir sehen jetzt so aus. In 20 Minuten schminken wir uns ab und dann sehen wir auch nicht so aus. Ja, genau. Man muss einfach dahinter stehen. Ja. Wenn man was gemacht hat, dann soll man es auch sagen. Heute ist es einfach schlimm. Die Männer haben das Problem nicht. Nee. Oder weniger. Ich meine, operieren sich Männer? Ja, es gibt schon. Ja, doch, doch. Aber das ist wirklich die Minderheit. Es gibt erstaunlicherweise sehr viele Männer, die sich die Lippen machen lassen. Okay. Das hab ich ja rausgefunden. Hä, aber auch die, die nicht schwul sind oder so. Ja, ja. Ja. Weil ja meistens die Schwulen das machen. Ja. Weil sie halt weiblicher aussehen wollen oder so. Je nachdem. Ja. Schöner als die Haare. Bei ihnen ist es halt. Never ending. Häufiger, dass sie die Haarlinie zum Beispiel. Ja, das stimmt. Mit dem Haar. Ja. Oder die Unterspritze. Das verändert dich ja vom Gesicht her nicht. Weil du wirst die Haare wieder haben. Aber es ist ja trotzdem ein. Ja. Es ist ein schönes Einzeichen. Ja, klar. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber mein Freund gibt mir immer dann Komplimente, wenn ich mich selber hässlich fühle. Ja. Weil er mich dann irgendwie schön findet. Es ist irgendwie. Und wenn ich mich dann richtig schön mache, gibt er mir eigentlich nie oder selten ein Kompliment. Aber wenn ich dann wirklich aussehe wie so ein Penner. Das ist voll süß aus. Hä? Ja, aber das ist doch das Schöne. Ja, aber damit meine ich ja eben. Es kommt nicht auf so ein Äußeres drauf an. Überhaupt nicht. Weil er weiß wahrscheinlich auch was. Dieses Äußere, immer. Dieses Äußere, Äußere, Äußere. Das ist. Sorgt ja dafür, dass sehr viele Menschen zusammenkommen, die nicht zusammenpassen. Ja. Und dann trennen sie sich. Es gibt so viele Trennungen. Ja. Die irgendwie. Diese. Alle Beziehungen. Die passen nicht. So egal ob Freundschaft oder eben Liebesbeziehung. Es geht alles in eine falsche Richtung. Weil man konzentriert sich auf das Äußere und nicht auf das Innere. Du musst doch wissen, wie ein Mensch denkt, wie er fühlt und was er im Leben möchte. Und wenn das nicht matcht, dann klappt sie ja drauf meistens nicht. Ja. Das ist dann wieder ein Problem, was daraus entsteht. Ja. Habt ihr gute Make-up Tipps oder Hacks? Oh. Gesicht reinigen. Gesicht reinigen. Das ist immer, ja. Morgens und abends. Im Babypuder. Das finde ich auch ein guter Hacks. Das hat bei mir jetzt gar nicht funktioniert. Das hat bei jedem Unterschied. Das ist schrecklich. Aber es ist natürlich unterschiedlich. Also ich, für mich ist das Wichtige, dass ich mein Gesicht reinige. Vor allem schminken. Ja. Genau. Reinige. Und dann könnt ihr, keine Ahnung, Feuchtigkeitscreme nehmen oder Gesichtswasser. Wie auch immer. Das nimmt noch so den Rest weg. Und wisst ihr, was ich auch noch mache? Diese Rasierer für die Augenbrauen. Ah, ne. Mit dem mache ich mein Gesicht. Dann nehme ich wirklich die abgestorbene Haut weg. Und dann tue ich Gesichtswasser drauf. Machst du jedes Mal so eine Routine? Ja. Und die Zeit habe ich nicht. Also wie oft machst du das? Ja, nicht jedes Mal. Zweimal die Woche. Einfach so, wie es dann kommt. Damit das Gesicht wieder sauber ist. Und die Base macht es dann aus. Dann könnt ihr so wenig Make-up brauchen. Und das sieht einfach schön aus. Weil es dann so ebenmäßig ist. Und genau. Ihr braucht nicht viel Make-up. Das sieht einfach nicht mehr schön aus. BB-Cream liebe ich. Wenn ich was brauche, dann ist BB-Cream. Ja. Und dann habt ihr eh noch Concealer. Dann macht ihr noch Contouring. Ich finde auch, Concealer kann man ja das meiste retten. Ihr braucht gar nicht so eine fette Base. Weil dann sieht es einfach schrecklich aus, finde ich. Ja. Was ich halt beim Concealer extrem wichtig finde, ist, dass der nicht zu hell ist. Ah ja. Ich mag aber nicht den selben Ton. Ich persönlich. Früher habe ich immer wirklich weiß genommen. Aber früher war das ja so immer. Man hat gesagt, du musst einen helleren Concealer nehmen. Ja. Nee, sorry. Die Trends waren früher hart. Schrecklich. Aber vor zwei, drei Jahren war das ja eigentlich. Ich war 18. Schlimm. Es wird halt immer natürlicher. Mhm. Und das ist auch die Augenbrauen. Ja. Das ist so ein gutes Beispiel. Aber. Ja. Ja. Aber Leute, die Trends verändern sich ja die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, in zehn Jahren ist dann wieder Make-up voll in. Weißt du, so die ganze Zeit in. Ja. Wie bei der Mode. Ja, ja. Mode aus den 70ern. Schlaghosen kommen wieder. Ja. Ja. Ich glaube auch immer schön Pinsel reinigen. Genau. Und die Blender wechseln. Und nicht jahrelang denselben haben, dass er schon schimmelt. Habe ich auch schon alles gesehen. Ja. Und Make-up kann auch ablaufen. Ja. Ich weiß nicht. Gute. Meine Sachen sind da so alle. Aber wenn ihr eine empfindliche Haut habt, also wie zum Beispiel ich, hey, schieß das Zeug weg, man. Glaub mir, oft ist es wirklich nur zwölf Monate und das merkst du zum Teil dann schon am Produkt. Ja. 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 Das stimmt. Deswegen lieber nicht zu viel kaufen, weil man braucht es sowieso nicht. Ihr müsst auch immer wissen, was habt ihr für einen Hauttyp? Ja. Habt ihr eine ölige, fettige Mischhaut? Ölige, fettige, trockene Haut. Ölige, trockene Haut. Ich finde das aber schwierig zu machen. Aber das kannst du auch abklären lassen beim Hautarzt zum Beispiel. Aber ich glaube, mit der Zeit merkst du das schon. Ja. Weil ich habe jetzt eher, ich habe so eine Mischhaut. Du hast trockene Haut? Ich habe eher Mischhaut. Ich habe eher Mischhaut. Ich auch. Ölige und T-Zone. Also früher hatte ich eine ölige Haut. Immer wenn ich mich geschminkt habe, ich habe es so geglämt nach fünf Minuten. Es war schrecklich. Ich hatte überall Pickel. Und jetzt habe ich halt diese Mischhaut. Was vermisst ihr am meisten am Single-Sein? Also ich sage ganz ehrlich, ich vermisse eigentlich nichts, weil ich bin so lange auch in einer Beziehung. Für mich ist es mein normales Leben. Also ich war so jung, als ich Single war, dass ich das gar nicht mehr weiß. Also ich muss halt schon sagen so, also ich finde halt es ist schon schön so diese eine Person zu haben, die wirklich immer für dich da ist. Klar, das kann auch deine Schwester sein oder so. Aber trotzdem so dein Freund, der immer dir alles anhört. Alles. Wisst ihr was ich meine? Ich denke, das ist halt schon etwas Schönes und man muss dann vielleicht wie eben diese Umstellung sich daran gewöhnen, dass man die Person dann halt nicht mehr hat. Aber es ist auch okay, diese Person nicht zu haben, weil es ist auch okay, dass man nicht alles mit jemandem teilen muss. Also es gibt beides Vor- und Nachteile, aber ich finde das ist jetzt so etwas, das... Diese Nähe. Diese Liebe auch. Ja, klar. Das braucht ja jeder Mensch. Eben. Für mich ist es dieses Zusammenplanen, Zukunft, etwas aufbauen. Das ist das, was ich vermisse, dass du einen Menschen an deiner Seite hast, der sich für denselben Weg wie du entschieden hat und dich bei allem unterstützen wird. Klar, deine besten Freunde und so sind ja auch da, aber es ist was anderes, weil du wirst ja leben mit dieser Person. Genau. Dieses, wir als Team, das ist die Zukunft, was haben wir für Kläne und daran arbeiten. Das ist so. Das. Das ist dein bester Freund fürs Leben. Ja. Wenn du dein bester Freund hat, dann vielleicht auch mal einen Mann. Ja, natürlich. Ja, immer wenn du das möchtest. Genau. Aber es ist ja wirklich so, du hast ja deinen besten Freund in deinem Freund. Was ist das, was ich meine? Genau. Sollte so sein. Ja. Ja. Sollte so sein. Und ja. Eure Meinung zur Abtreibung. Oh Gott, Lea geschluckt oder was? Oh Gott. Also ich, also ich sag's mal so, ich könnte nicht abtreiben. Also ich will jetzt zum Beispiel wirklich gar kein Kind. Aber wenn ich jetzt schwanger wäre, ich würde es nicht abtreiben. Weil ich es nicht könnte. Ja. Ich sage ganz ehrlich, situationsbedingt. Ja. Weil ähm. Ähm. Stellt euch vor, ihr, keine Ahnung, vielleicht seid ihr etwas jünger. Vielleicht seid ihr 18 oder so. Ihr habt noch nicht wirklich einen Job. Der Mensch, der euch geschwängert hat, ist weg. Ähm. Und ihr habt eine Familie, der das nicht erzählen könnte. Und dann wisst ihr... Ja gut, klar. Also ich, es, eine Abtreibung ist schwierig. Wirklich. Aber wenn diese Abtreibung, äh, dir wie das Leben rettet, dann, dann mach's. Ja. Weil wenn du in einem Loch bist, nichts hast und, und komplett depressiv bist wegen der ganzen Situation, dann kommt dieses Kind auf die Welt, dieses Kind wird unter dir und deinen psychischen Problemen einfach leiden. Ja. Aber ich sag nur eben, ich jetzt in meiner Situation, ich hab ja eine Familie, ich hab, weißt du, bei mir würde das ja gehen, aber... Bei dir ist ja auch alles sicher. Eben. Ja, ich, ich würd's, ich würd's nicht abtreiben, aber ich, hm, ich, hm, also ich würd's niemals so weit kommen lassen wollen, so. Also wenn ihr in einer gesunden Beziehung seid. Und alles ist gut und so, dann, dann wieso solltest du abtreiben? Dann, da, da, da sehe ich wirklich keinen Grund. Das ist wirklich jeder, jeder, man sagt. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich find's nicht schlimm, wenn man's macht. Weil ich kann's verstehen, eben. Aber denkt einfach an das Kind. Ähm, habt ihr Tipps für die Kennenlernphase? Ähm. Nicht zu schnell. Mhm. Langsam. ja ich denke auch nicht zu überstürzen sich auch vielleicht nicht nicht zu viel hoffnung haben jeden fall eine liste mitnehmen ich denke was wirklich wichtig ist ist einfach nicht zu viel hoffnung haben weil was ich sehr wichtig finde in einer kennenlernen phase seid ihr selbst probiert nicht dem anderen zu imponieren probiert nicht dem anderen zu gefallen sei keine spiele spielen wie ihr seid weil diese person muss euch gefallen und nicht ihm ist der person gefallen so mit diesem denken und gibt nicht zu viel von euch preis weil ihr wenn ihr von anfang an sagt ich mag das nicht ich bin so ich habe das erleben dann ist eine person wird sich genau so verhalten wie es eben soll und nicht wie er es nicht sollte also versteht ihr weil ihr gebt mir die vorlage ich habe das und das erlebt dann wird das extra mühe geben anders zu sein und das wird er nicht lange durchziehen können und dann seid ihr in der scheiße weil ihr die person in euer herz gelassen habt euch geöffnet habt dann habt ihr die arschkarte einfach aufpassen genau wie sie gesagt haben langsam immer langsam und was überstürzt als nichts wenn es passt dann passt dann geht es nicht um ja und es muss auch nicht von anfang an funken weil wer weiß auch nicht wie kommt das mit der zeit ist das wichtigste weil irgendwann in der zukunft wird euch der respekt voreinander zusammenhalten die freundschaft ein partner fürs leben ist schlussendlich nichts anderes als ein guter freund ein bester freund das war's ich glaube wir haben jetzt genug geredet wir haben jetzt fast eine halbe stunde ein bisschen mehr glaube ich sogar geredet ja leute ihr habt nicht gut gegessen ich habe alles gegessen die ganzen umpressen gewesen zieht mich immer so am essen ja auf jeden fall ich hoffe natürlich sehr dass euch gefallen hat und wenn ihr mal wieder so ein video sehen wollt let me know ich danke euch vielmals dass ihr mein video gewesen seid gerne danke für die einladung danke für eure zeit danke rami für deine wunderschöne vorlesung angenehme stimme ja durchaus die rechnung bekommst du dann per post ah ja danke genau ja nein also nämlich sagen wir hören uns am nächsten video wieder ich bin jetzt sogar ein bisschen müde jetzt geworden ihr auch es ist irgendwie anstrengend auch mit diesem licht so es ist bei seinem voll ins face das youtube erleben ist nicht für mich das anstrengende wenn wir uns immer so gut aussehen nein spaß also leute würde ich sagen bis zu meinem nächsten video wieder und ich beende das jetzt hier mit essen weil das mache ich